Anzeige wegen der Unruhen entlang der israelischen Grenze zum Gaza-Streifen ist in der Nacht zum Karsamstag der UN-Sicherheitsrat in New York zusammengetreten. Das Gremium wollte sich in einer geschlossenen Sitzung über die Vorgänge informieren lassen, erklärte ein UN-Diplomat. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee waren am Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 15 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Mehr als 1400 wurden diesen Angaben zufolge verletzt, vor allem durch Tränengas. Lesen Sie auch muslimischer Antisemitismus tiefsitzender Hass, der vom Elternhaus vermittelt wird. Der palästinensische UN-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansur, berichtete im Vorfeld der Sicherheitsratssitzung gar von 17 Toten. Darunter seien auch Kinder. Sein Land betrachte die Handlungsweise Israels als ein riesiges Massaker an unserem Volk, sagte Mansur. Er forderte den Sicherheitsrat zum Handeln auf. Das UN-Organ müsse sich ernsthaft darum kümmern, die Zivilbevölkerung in Gaza-Streifen zu schützen. Zehntausende protestieren nach palästinensischen Medienberichten waren am Freitag mehr als 20.000 Menschen zum Marsch der Rückkehr gekommen. Die radikal-islamische Hamas wollte mit der Aktion ihren Anspruch auf ein Recht auf Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab. Die israelische Armee schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 30.000ste Anzeige. UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich zutiefst besorgt über die Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer, sagte ein Sprecher des Generalsekretärs am Freitag Kurzzeit in einer Stellungnahme. Steinewerfer. Ein Palästinenser protestiert mit Gewaltquelle. BAPI die Vereinten Nationen fürchteten, dass sich die Situation in Gaza in den kommenden Tagen verschlimmern könnte, sagte der stellvertretende Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, Tayyip Rukzai Hun, in einem Briefing des Sicherheitsrats. Das Risiko einer Eskalation ist sehr konkret, sagte er. Er ermahnte Israel zur Aufrechterhaltung seiner Verantwortung unter humanitärem Recht. Tödliche Gewalt dürfe nur als letztes Mittel angewandt werden. Zivilisten dürften nicht zum Ziel werden, vor allem keine Kinder. Anzeige der UN-Generalsekretär forderte unabhängige und transparente Ermittlungen zu den Vorfällen. Die Tragödie vom Freitag zeige die Dringlichkeit, mit der der Friedensprozess im Nahen Osten wiederbelebt werden müsse, um es Palästinensern und Israelis zu ermöglichen, in Frieden und Sicherheit als Nachbarn zu leben. Mehr als 100 Scharfschützen an Grenze Israel hatte sich seit Wochen auf diesen Tag vorbereitet. Soldaten verlegten neuen Stacheldraht, um zu verhindern, dass Terrorkommandos oder Massen von Demonstranten die Grenze durchbrechen. Große Truppenverbände, Panzer und mehr als 100 Scharfschützen wurden an der Grenze positioniert. Zugleich machte die Armeeführungung missverständlich klar. Wer versucht, nach Israel einzudringen, muss mit dem Tod rechnen. Lesen Sie auch Antrittsbesuch bei Netanyahu. Israels Siedlungspolitik erwähnt Maas kein einziges Mal. Die Massenproteste entlang der Grenze sind nur der Startschuss für eine Kampagne. Die Proteste in Gaza sollen bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakbatak Tag der Katastrophe, weil im Ersten Nahostkrieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden.